So, das sind hier die großen Öffenschläge. Wuchtig, gewaltig. Also Kratzer sind okay, abbrechen geht gar nicht. Genau. Ja, ist also ein Fort mit Alkoholbuchen. Hier haben wir den Generator. Den Generator. Ja, okay. Da ist der Auspuff. Hier ist die Ersatzbatterie. Ja, das ist hier. Abluft, Abgase. Das kommt von der Heizung. Dann haben wir hier die Untersorgung. Elektrik für Campingplatz. Das ist der Benzintank. Abwasser. Abwasser. Mit dem Schlauch. Ja, okay. City Water Connection. Ja. Kleine Garage. Das ist unsere Nummer. Hallo. Hallo. So, wo ist der Campingtisch? Der da, ne? Ja. Und zwei Stühle. Ja, okay. Gut, dann haben wir's. So, jetzt sind wir, glaube ich, auf der Zielgeraden nach Quilago. Jetzt haben wir gegessen und reingekauft. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Quilago. Und es geht uns wesentlich besser.